Shalom Aleichem, wir lernen heute Halachot über Bal-Tashchis. Bal-Tashchis bedeutet nicht reißen, nicht verschwenden, nicht wegschmeißen. Die Tora sagt uns in 5. Buch Moshe Kapitel 20, Lotashchit et Eiza, also soll man nicht die Bäume wegreißen. Es ist verboten wegzuschmeißen, verschwenden, essen, Geschirr, Kleider, Gebäude, einfach eine gute Sache nehmen und kaputt machen. Es gibt noch in der Welt verschiedene Schöpfe, kann noch jemand davon genießen. Zum Beispiel, wenn einer geht zum Buffet und er legt in seinen Teller Essen, soll er achten, nicht nehmen zu viel, damit soll man nicht wegschmeißen, das ist Rest geblieben. Ein Mensch, der hat gemacht eine große Mahlzeit und es ist geblieben viel Essen, soll er frieren, soll er verteilen, soll er geben. Und wenn es gibt, nicht Menschen, soll er das geben, Hunde, Tiere und genauso Kleider. Hast du Kleider, die du nicht mehr brauchst? Gib das arme Leute, leg das in eine Dose von dem reuten Kreuz, was weiß ich. Mach etwas, irgendjemand braucht das, spende es. Je mehr der Mensch ist edler, größer, feiner, zadig ist, er wird nicht verschwenden Sachen. Auch, es wird bleiben, Entschuldigung, es klingt so sparsam oder geizig, aber es ist geblieben noch ein bisschen Shampoo in der Flasche. Leg rein Wasser, nutz den Shampoo, genieß. Es ist geblieben noch ein bisschen Senf in die Dose, warf nicht weg, nimm das Brot und mach mit dem Brot sauber, dem Senf oder die Mayonnaise oder verschiedene Sachen. Deshalb muss man sehr, sehr achten, die Sache nicht wegzuschmeißen oder missachten. Deshalb muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir beginnen bald Taschriss bei Brot. Wenn man sieht Brot auf dem Boden, muss man aufheben, klar. Heute die Sache ist noch, die draußen, es ist Krankheiten, man weiß nicht, wer hat das angefasst. Wenn jemand kann Handschuhe nehmen und das Brot aufheben, auf einen besseren Ort, das ist besser. Bei dir zu Hause, wenn es ist geblieben, Brot, Brötchen, Pitot, verschiedene Sachen. Wenn man kann sie noch einmal verwenden, zu machen, gemahlene Fisch oder Semmelbrot oder was weiß ich, Recycling von dem Brot. Und gut, wenn nicht, soll man das Brot, das ist geblieben, in eine Nylon, also in eine Tüte und soll man das legen in Mülltonnen, nicht wegwerfen. Und deshalb muss man achten. Und genauso gibt es auch einen Engel, der zuständig auf der Armut, der heißt Nawal, Schmutz. Deshalb, dort wo es Krummel und Schmutz auf dem Boden gibt, ein Engel von Armut. Und dort, wo es rein und sauber ist, dort ist der Engel von Osher, von Reichtum. Es ist unglaublich, ich sage euch, wo steht es geschrieben, in Talmud, Pzachin 111 und in Chulin 105. Jetzt, in Shulchanoruch 140, Paragraf 4, das was wir lernen heute, wenn einer missachtet Brot oder Krummel, er kickt dem Guten das, was Hashem ihm macht. Deshalb muss man achten, der Engel, der zuständig auf der Paranosse, der heißt Nockid. Und das ist Nekiut, Sauberkeit. Und der Engel, der zuständig auf dem Armut, der heißt Novol oder Schmutz. Genauso auch Bäume und Früchte. Alles, was man tut, auch die Pflanzen, soll man richtig halten. Das heißt, soll man auch nicht Bäume einfach reißen und soll man auch nicht Früchte pflucken. Wenn man die Sache in irgendeiner Art und Weise nutzt, dann ist es wunderbar. Deshalb? Es gibt sehr viele Gruppen, auch in der Welt Israel, die heißen Hevrala, eine Gruppe, die schützt die Natur über verschiedene Pflanzen, über verschiedene Tiere. Damit soll der Mensch mit seiner manchmal unedlen oder sozusagen frechen, barbarischen Benehmung gegenüber den Gottes Schöpfen, soll er wissen, dass wenn er etwas verschwendet, nicht nur, dass er etwas gegen die Welt macht, gegen die Natur, gegen das Gesetz, er vertretet eine Issue von Tora, die heißt Baal Taschchis. Warum? Weil der Mensch verliert den Sinn von dem, was er hat gemacht. Also lasst uns alle aufpassen, gar nicht wegwerfen. Wenn man kann die Sache noch einmal nutzen, oder man kann das noch für irgendetwas verwenden, soll man verwenden. Wenn nicht mehr, dann soll man davon etwas anderes machen. Jeder Mann, jeder Mensch weiß, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, wenn mein Unterhemd ist zerrissen. Wenn man reparieren kann, schön, wenn man nicht, was macht man mit dem Unterhemd? Man macht eine Schmatte zu Hause. Also man kann das putzen, man kann das verwenden für andere Sachen. Also nicht wegwerfen die Sachen, die man für noch etwas nutzen kann. Mein Rebbe hat einmal gesagt, wenn jemand versteht, was bedeutet Aschgachaprati, dass Hashem überwacht jede Sache in dieser Welt, soll er lernen von einer Balaboste zu Hause. Balaboste ist ein Begriff, eine gute Ausfrau, die jede Sache bei ihr zu Hause hat eine Bedeutung. Das steht da und das steht dort. Und da sind die Schmattes und da sind die Handschuhe. Ich will nur dazu sagen, braucht man nicht jetzt durch dieses Gesetz zu werden, ein Lagerer, einer, der legt alles. Vielleicht wird kommen Moschiach und wird essen von dieser Suppe. Wenn du glaubst, jemand wird das noch nutzen, nehmen, wenn nicht. Manchmal muss man das nutzen. Es gibt aber noch eine Sache. Manchmal besser die Sache zu schütteln, als kaputt machen, deinen Bauch zu essen, zu viel ungesunde Sachen. Also deshalb ein Mensch soll kochen genug. Ich würde nicht vergessen, dass einmal meine Frau gekocht hat, Petitim, so färferlach. Ich habe gesagt, kannst du bitte machen in einen großen Topf? Und ich habe gedacht, soll sie mehr machen? Sie hat gemacht dieselbe Menge in einen großen Topf. Du wolltest einen großen Topf? Bitteschön. Das fand ich sehr, sehr klug. Warum soll man machen mehr und wegwerfen? Soll man immer das, was man hat, behalten soll? Ich möchte da loben, meine großelteren Raskin, Oma und Opa, die haben wirklich uns beigebracht, Sachen nicht wegzuschmeißen. Von altem Brot haben sie gemacht, gemahlene Fleisch und Fisch. Von Schwanzen, von Fleisch oder von Wurst haben sie gemacht, Gejarrette auf der Pfanne. Von Geflügel haben sie gemacht, Chaladez, so Sülze. Sie haben nicht verschwunden Sachen, sie haben immer die Sachen. Es geblieben alte Früchte, hat sie gemacht, Kompott. Und das sollen wir die neue Generation auch beibringen. Ich kann nicht verstehen, wieso manchmal Kinder nehmen einen halben Apfel, sie haben nur gemacht Abyss und wollen wegwerfen. Balltasch ist, das ist streng verboten, sei gewünscht.